Am 26.09.2024 um 13.49 Uhr wurde die Feuerwehr Bonn zu einem gemeldeten Dachstuhlbrand zur oberen Wilhelmstraße alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass es im Erdgeschoss zu einem Kleinbrand gekommen ist, der schnell gelöscht werden konnte. Die Straßenbahnstrecke war zeitweise gesperrt. Im Einsatz waren der B-Dienst, die Löchernheizwo, 21, das Hilfeleistungslöschfahrzeug 1, der Rüstwagen, der Rettungswagen 24, ein Funkstreifenkraftwagen und ein Unfallhilfsfahrzeug. Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt und euch auch weitere Videos von mir anschaut.